Musik Ach Tai, du weißt, dass du verlierst. Ich hab schon gewonnen. Ihr wisst es bloß noch nicht. Wer als erster am Airfield ist? Von Straßen war nie die Rede. Zur Werkstatt, erwarte ich dann auf euch. Ich dachte, wir fahren dieses Rennen nur zum Spaß. Und, wir haben doch Spaß. Der letzte Westrefs Autos, da hört der Spaß auf. Wow, ich hab vielleicht seit dem Benito-Job nicht mehr so begeistert erlebt. Oder? Über den größten Job aller Zeiten? Aber klar doch. Dann leg ich mal einen Zahn zu. Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Lead for Speed Payback. Sehr schön, dass du eingeschaltet hast. Hier geht's jetzt mit Nitro und Vollgas voraus. Yeah. Sean McAllister ist auch dabei. Und ich bin der Sarraza. Und mich hat EA gebeten, hier mal ein paar Videos über das Spiel zu drehen. Deswegen sind diese auch supported by EA. Und Jessica Miller darf natürlich auch nicht fehlen, die gute. Ebenfalls am Start. Uiuiui, das sieht mir ganz nach BMW M5 auch. Weiter geht's. Du wärst vielleicht sogar in Führung, wenn du nicht so ein Poser wärst. Da, sie nicht unrecht. Wir haben wieder den Charakter gewechselt. Ist euch vielleicht aufgefallen? Du hast es vollbracht, Jess. Mech zum Schweigen gebracht. Ich schütte den Kopf vor Empörung. Denkst du immer noch, du gewinnst, Ty? Ich gewinne. Lustig. Muss man dafür nicht führen? Doch, aber erst im Ziel. Vielleicht kennt er ja eine Abkürzung. Ah. Nicht schlecht, Mann. Glaubt nicht, dass das nochmal so läuft. Ich bin euch immer einen Schritt voraus. Wen haben wir denn da? Ach, Lina Navarro. Okay, Morgan. Du fährst die Beute. Und sieh zu, dass du's nicht versaust. Hab ich's nicht gesagt? Lina Navarro ist der beste Fixer in Silver Rock. Ja, der Klang gefällt mir, Raph. Der gute Raph. Ist das alles dein Werk? Mit genügend Zeit und Hingabe verwandelt ein Künstler jede Schrottkarre in ein Supercar. Mhm. Raph ist wohl der Tüftler. Okay, Leute. Ihr wisst, was jetzt kommt. Party? Trainieren, Mann. Los geht's. Trainieren müssen wir ja angesagt. Ich spiele das Spiel übrigens zum ersten Mal. Habe es nur mal ganz kurz auf ein paar Messen anspielen können. Raph, unglaublich, wie dieses Ding abgeht. Das musst du im Griff haben, wenn du den Job durchziehen willst. Unsere Beute hat doppelt so viel PS. Raph hat recht. Stelle sicher, dass du für den Q bereit bist. Dein Job war ein TIE trennenzubringender Wagen. Überlass den schwierigen Teil uns. Hey, TIE. Was wirst du mit deinem Teil der Kohle machen? Eins nach dem anderen. Jetzt erst mal der Job. Ich reiß mir hier seit drei Jahren den Arsch auf. Weißt du, was ich damit mache? Ich hole den 65er-Mustang meines Stats in die Start-Buch der Storien zum besten Drift-Wagen in Fortune Valley. Ja. Hey, Digga, Bim-Bam. Der schleudert aber gut durch die Gegend hier, der Mustang. Erstmal werde ich meine Schulden abbezahlen. Und mit dem Rest eröffne ich dann vielleicht einen Laden? Das ist doch meine Antwort. Na schön. Ich besorge mir den perfekten Wagen, tune ihn bis zum Anschlag und fahre das ultimative Racken. Boah, Gegend-Tank her. Junge, Junge, jetzt Nitro-Para. Oh, oh, Alter Schwede. Okay, hier geht's lang. Querfeld ein. Oh, der Handbremse. Das muss ich natürlich alles noch üben. Bin mit der Steuerung jetzt noch nicht ganz so perfekt unterwegs, wie man sieht. Aber ey, kriegen wir schon hin. Oh, 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 oh. Oh, bonjour, oh. Zack. Ui. Da lief doch. Wenn du den Schwung beim Job hinkriegst, ist alles in Butter. Hoffen wir es. Unser Küken lernt fliegen. Ich bin so stolz. Ei, 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 die stolzige Jungen-Pilone. Die wollte ich gar nicht mitnehmen. Vermelst du mich? Vor, der liegt ein perfektes Stück Straße. Wurde alles aus deiner Kiste raus und versuch sie unter Kontrolle zu halten. Ich dachte schon, du fagst nie. Verdammt. Das war nicht gut. Oh Gott, jetzt Nito nochmal. Komm, jetzt müssen wir den Anschluss wiederfinden. Die können natürlich viel besser fahren, weil die sind Computerfiguren. Und ich bin voll der Anfänger noch. Aber ey, das macht schon Laune, ja auf jeden Fall langzupesen. Die Stadt ist scharf auf die Prototypen-Tag in dem Wagen. Wenn wir ihn klauen, sind wir Legenden. Raph, ist mit deinem Käufern alles klar? Ja, aber sie kriegen ihn erst, wenn ich einen Blick unter die Haube geworfen habe. Ich musste all meine Beziehungen im Spiel lassen, um dich in dieses Rennen zu kriegen. Du darfst nicht scheitern. Macht euch keine Sorgen, Leute. Wir sind die beste Crew, die diese Stadt je gesehen hat. Wenn wir das hinkriegen, sind wir Legenden. Dann lasst uns mal Geld verdienen. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Wäre doch gelacht. Fortune Valley. Ein Spielerparadies in der Wüste. Hier kann man alles kaufen. Sogar Glück. Die Karten und Würfel überlassen wir den Reichen. Wir, die wir im Schatten der Casinos leben, finden unser Glück bei 100 Meilen pro Stunde. Billionaires Row, Silver Row. Sind alle in Position? Jess? Ich warte außerhalb der Strecke. Mac? Der Mac Attack ist einsatzbereit. Du nennst dein Truck Mac Attack? Er nennt sich selbst so. Raph? Bringen wir einfach den Wagen, dann erledige ich den Rest. Zeit, uns reich zu machen, Tyler. Ich hab das Ziel im Blick. Der Gambler ist hier. Ja, sexy. Ein perfekter Tag, um Rennen zu fahren. Die Quote für deinen Sieg ist 4 zu 1, mein Junge. Aber ich weiß, dieser Prototyp kriegt das hin, vorausgesetzt. Du kommst mit ihm klar. Seine Elektromotoren und der Twin Turbo V8 liefern dir insgesamt... ...1500 PS. Ja, ich weiß. Juhu, gut gemacht. Du hast dich informiert. Hör zu. Ein zweiter Platz bringt mir kein Geld. Klar? Ich hab ein gutes Gefühl. Vermassel es nicht, Hautschott. Hat der Verdacht geschöpft? Nein, hat er nicht. Hm, dann wollen wir mal. Wir haben eine kleine Mission, wir wollen das Auto klauen. Und das wird heikel. Man sieht, hier geht's nicht nur um Rennen fahren, sondern auch um Diebstähle und den Königsegg, der natürlich richtig krank ist. 1500 PS, Freunde. Wow, was für eine Leistung dieses Ding entwickelt. Raphs getunter Mustang ist nichts dagegen. Tyler, du bist für mich wie ein Bruder. Aber jetzt gerade hasse ich dich. Es heißt, du wärst der beste Racer der Stadt, Morgan. Beweis es. Der beste Racer der Stadt, ja klar. Mach dich bereit, Kai. Du musst den Sprung unbedingt mit hohem Tempo erwischen. Wir haben nur einen Versuch. Sobald du den Sprung machst, gibt es kein Zurück mehr. Heiliger. Mac, ich bin fast am Treffpunkt. Ich hoffe, du bist in Position. Ja, so gut wie. So gut wie? Mac? Halt einfach drauf und gib Gas. Vertrau mir. Oh, 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 oh. Ich mach mich dafür bereit. Alter Schwede, ob ich das hinkriege. Er ist soweit, Leute. Versaust es nicht. Ich bin doch noch ganz doll im Grün hinter den Ohren. Mac, ich bin fast da. Na komm schon. Wir schaffen das. Oh, Entschuldigung. Abschussrampe voraus. Jo, super, dass ich alles kaputt mache. Da hat jemand gewunken. Habt ihr gesehen? Okay, Handbremse ist dein bester Freund. Oh, oh. Wonach sieht's denn aus? Lass es. Was du auch vorhast, lass es sein. Du bringst den Wagen sofort zurück. Ist er sauer? Oh, stinkt sauer. Shit. Verdammt. Boah. Das waren mal eben 500.000 Euro. Also wegen dem abgebrochenen Spiegel. Nightshore, komm. Verdammt. Wo bist du? Halt durch. Jess. Ich bin hier, Großer. Ach, die wären wir doch auch ohne Jess losgeworden. Entkomme den Cops. Boah, hast du da nicht reingeballert? Hätte ich mir gedacht. Probieren wir natürlich aufzuhalten, die Schweinepriester. Okay, jetzt Vollgas. Haben die Cops hier auch, Nitro? Wie kann der so schnell sein? Weg mit dir. Oh, verdammte Axt. Okay, das war nicht so gut. Vollgas. Junge, Junge, Junge. Das ist in die richtige Reihe geplädert. Ich dachte, ich könnte durch die Absperrung irgendwie durchpilsen. Aber nix da. Oh Gott. Und jetzt nochmal eine. Okay, Nitro, komm schnell. Können wir mich aufhalten. Irgendwie durchboxen. So geil mit der Zeitlupe zwischendurch. Das ist ja wie so ein Film. Wie ein Rennfilm. Festes und Flügel ist im Klo. Jetzt haben wir es geschafft. Da sind wir durchgekommen. Ist natürlich alles sehr arcade-ig und spaßig. Sehr praktisch. Kein Problem für die Karosse. Oh, das ist wirklich eine Schönheit, der Königsee. Nichts zu Ende, Kumpel. Fahr schon, Tyler. Ich kümmere mich um die Cops. Gut gefahren, Morgan. Deine Crew war die richtige Wahl. Tyler Morgan, 23 Jahre alt. Mutter Silvia Morgan, Vater leider unbekannt. Keine Geschwister. Sechs Monate Jugendhaft wegen Verkehrsdelikten. Ich bin der beste Racer der Stadt in einem der schnellsten Autos der Welt. Du kriegst mich nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher, Kleiner. Oh, oh. Wir haben es vielleicht mit dem Falschen angelegt. Aber, sei es drin. Wir haben so ein geiles Auto jetzt hier. Guckt euch das mal an. Was zur Hölle? Was ist los? Bin fast da. Jetzt gibt es Ärger. Raph. Die Street Racer sind hier. Ich habe alles gesehen. Danke, Officer. Was hast du getan? Hat Raph nicht erzählt, was der Wagen kann? Meine Käufer zahlen ein Vermögen dafür. Damit kommst du niemals durch, Navarro. Die Cops sind unterwegs. Das Haus lässt. Schönen Grüßen. Hey, was ist passiert? Navarro. Mac, kümmere dich um ihn. Ich lock die Cops weg. Aber... Dann wollen wir mal. Rann an die Arbeit. Rann an die Buletten. Zack. Ich locke die Cops weg. Bitte, das ist mein Job. Ich habe Navarro an Bord geholt. Das ist meine Schuld. Bring Mac und Raph in Sicherheit. Ich höre den Polizeifunk ab und habe Raph's GPS-Tracker. Lass mich dir wenigstens helfen. Fahr Richtung Kanal, aber beeil dich. Die Cops regeln den Sektor ab. Wow. Alter Schwede Willkommersellschaft. Ei, 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 ei. Und Schlafsperre direkt voraus. Komm schon. Komm schon. Vor dir sind Kops. Wie rechts ab. Momentan eine 4-Pläs. In westlicher Richtung durch Bavarian. Links über den Parkplatz. Leichter gesagt als getan. Okay, nochmal hier. Schwung voll rüber. Ist übrigens die Early Access Version, falls ihr euch wundert. Auf dem PC spielen wir das Ganze. Ei, ei, ei. Aber mit Gamepad natürlich. Ist empfehlenswert. Boah. Nicer Move. Wo bist du, Mann? Ist doch egal. Geht's Raph gut? Ich weiß nicht genau, Ty. Er schafft es. Klar, keine Frage. Er muss es schaffen. Ich bin fast da. Der rechte Mosten und nähert sich Lakeside. Verstand. Zielperson bewegt sich Richtung Ost. Zentrale der Rote GTR ist in die Kanade gesprungen. Boah. Verstand. Ich bin die Cops los. Dein Plan hat funktioniert, Jess. Du schlägst dich gut, Tyler. Aber noch bist du nicht in Sicherheit. Die Cops kriegen jede Menge Verstärkung. Sie regeln die gesamte Stadt ab. Und? Was macht ihr jetzt? Jess, ich hab Zivilfahrzeuge im Nacken. Was? Wo kommen die denn her? Wo? Sie kesseln mich ein. Und? Du musst da weg sein. Kai? Tyler? Das hat der Super funktioniert. Was zur Hölle? Wo ist das Auto? Lina Navarro. Sie hat uns verarscht und bringt es dem Haus. Ach so. Du bist nutzlos. Viel Spaß im Knast. Obwohl? Willst du Rache? Ich auch. Ja. Das wird was. Du bist das Ass, aber ich spiele die Karten aus. Was meinst du damit? Hörst du? Die Cops kommen. Du gehst in den Knast, oder? Arbeit ist für mich. Und wenn es dann soweit ist, kriegst du, was du willst. Ist doch fair. Hab ich eine Wahl? Man hat immer eine Wahl. Steig ein. Das war's von dieser Folge von Need for Speed Payback. Weiter geht es dann der nächste. Und vielleicht ist die ja schon da. Schau doch einfach mal in der Beschreibung vorbei. Da findest du eine Playlist. Außerdem gibt es hier noch ein kleines Gewinnspiel für alle Leute aus der Community. Schreib einfach in die Kommentare, wie du das Spiel findest. Und mit ein wenig Glück hast du die Chance auf einen von drei Keys für Need for Speed für die Plattform PC, Playstation oder Xbox. Viel Glück und bis dahin. Bis zum nächsten Mal.